Der Siro Project Unternehmensdialog macht heute Station im Süden Österreichs. Wir sind heute zu Gast bei der Energiesteiermark. Thema heute Talente und Kompetenzentwicklung. Ob Gastronomie, ob Hotellerie, ob Industrie, ob die Energiewirtschaft. Es gibt so viele Unternehmensbranchen, wo es bereits Erfolgsbeispiele gibt. Ich habe mich immer selber mutiger gefühlt und konnte offener werden. Im Grunde ist es so, dass wir wahnsinnig glücklich sind, auch mit der Zusammenarbeit mit dem Nebenbetriebsservice. Wenn man sich dann diese Lücke holt, bekommt wirklich einen Mehrwert. Für diese Handgriffe kriegt man auch niemanden am Markt und ich glaube, das ist irgendwo auch unsere Verpflichtung, dass wir schauen, dass sie da was tut. Das ist auch das Wesentliche für die Umsetzung für so ein Projekt und braucht die Begeisterung und die Leidenschaft. Die Energiesteiermark, wir im Vorstand sind überzeugt davon, dass Inklusion einen Mehrwert für das Unternehmen, für unser Geschäft, aber auch für die Gesellschaft bringt. Und wir profitieren alle davon, wenn wir es schaffen, eine inklusive Arbeitsgesellschaft zu haben. Applaus 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 Applaus